Wir haben in den letzten fünf Jahren die Kontrollkommission gehabt, die regelmäßig getagt hat. Die gibt es jetzt nicht mehr, deswegen muss der Haushaltsausschuss sich um die Belange der Bayern LB kümmern. Wir fordern von der Staatsregierung regelmäßige Berichte und insbesondere auch, dass sie die kritischen Punkte bei der Bayern LB im Auge hat. Sie wissen ja, 10 Milliarden Euro haben wir in die Hand nehmen müssen als Freistaat Bayern, um die Bank vor dem Untergang zu retten. Die Bank ist unser größter Vermögensträger, unsere größte Beteiligung, die wir haben. Und aktuell haben wir eine ganze Reihe von Risiken aus der Vergangenheit, die noch zu bewältigen sind.